Ja, voll gut. So, bei mir läuft die Aufnahme. Bei mir auch. Das ist gut. Hey Homer Freaks und schön, dass ihr dabei seid bei der heutigen Folge NPEG. Und wir spielen The Circle mit Schülle, Sernecke und Thompson. Mahlzeit. Moin, moin, moin. Ui. Wer das Spiel noch nicht kennt, wir haben es letztes Mal schon einmal gespielt. Und wir finden es super cool. Also haben wir gleich mal hier oben ist gleich was. Ach, das habe ich gar nicht auf der Karte gesehen. Ich gehe mal kurz nach hier unten, das ist nur so ein Geysir, den hole ich mir. Oder uns. Wir kriegen das wohl gerade noch so hin. Ich denke ich doch nicht, ist das einfache, so hoch. War das mit dem jetzt hier? Das ist ein freundlicher. Also wenn da keine Lebensanzeigen im Balken drüber ist, dann ist der quasi freundlich. Das haben wir hier noch. Hier, da wäre ein Erz. Wo ist denn, hä, wo ist meine Markierung? Oh, ich sehe sie. Wir können da eigentlich, keine Sorge. Na dann nicht, aber ruhig. Also wenn ich wieder geysir, dann würde ich erstmal den Geysir nehmen. Jo. Mach das. Fangen wir gleich mal mit an. Oh, ich räume noch mal so ein paar Monster aus dem Weg. Boah ey. Weg. Hm? Wir sind ja schon fertig. Das ging ganz gut. Gut, ich gehe ja schon weg. Ja, die Kleinen. Ja, das stimmt, aber ich habe... Auf jeden Fall geysirer. Hier sind noch ein paar Viecher. Nicht gegen erstmal. Geh weg, du Squatter. So. Squatter. War nicht so viele Squats, du. Das dauert noch bis zum nächsten. Bis zum Gewehr. Ja, ich muss zuhause dachten, dass ich mir was Vernünftiges kaufen könnte. Hier oben ist auch noch ein Geysir, den nehme ich. Und dein Erz müsste hier gleich auch noch mit sein. Ja, da ist es. Ich darf sagen, die Plinge. Die armen Monster mal auf diesem Gebiet hier. Ja, echt. Das sind schon arme Schweine. Die stehen einfach nur rum und einfach mal rein angegriffen. Tja. Was ist passiert denn? Der orangene Kreis. Da sind besondere Monster, die musst du erledigen und dafür kannst du die Bio-Monten. Masse von denen einsammeln. Also das Fleisch, wie auch immer man das nennen will. Das ist auch ein Auftrag. Die Monster erkennen, die... Das sind normale Monster. Ein bisschen stärker sind sie, aber... Die lassen halt Biomasse fallen. Die musst du mit F einsammeln. Kriegt die wieder noch einer, oder? Das müsste eigentlich für alle gehen. Ja, das ist ja... Ich hab wieder so einen... Und einen Kreis von mir rum gehabt. Das nächste Male war das, dass ich von irgendwer markiert wurde. Okay. Ja, aber zeitgleich kam halt auch noch dieses... Dass wir diese Biomasse bekommen haben. Na gut. Ich weiß nicht, ob das... Was haben wir denn hier noch? Hattet ihr das denn auch? Ich geh mal kurz nach da oben. Da ist noch ein Geysir. Habe ich nichts gegen? Ja, da hinten, bei dem... Da, wo wir gerade hinlaufen wollten. Da sind auf jeden Fall Leute. Die schießen da rum. Ne, wir können auch woanders hingehen. So. So, Geysir habe ich. Haben wir hier noch? Ach, hier wäre... Da wäre auch noch ein Geysir und ein Erzfeld. Wo ich gerade markiert habe. Ja, ich kann da mal schnell... Obwohl, Erzfeld müssten wir ja vielleicht zusammen machen. Und noch gucken. Ist halt relativ offenes Terrain. Nicht, dass da irgendwo... Ein paar Fatzkes rumballern. Aber sieht nicht so aus. Ne, ich glaube nicht, dass hier hinten in der Ecke... Kleinen Monster steht schon am Machen. Und das hier fangen wir gleich mal an. Jo. Dann geht das schneller. Und irgendwo hier... Achso, Geysir habt ihr schon, okay. Genau, dann habe ich gleich mitgenommen. War förmlich auf dem Weg. Sehr vorbildlich. Oh. Ich kaufe mal kurz ein Gewehr. Oder auch nicht. Quatsch. Scheiße. Haben wir noch nicht genug? Ne, ich habe es verwechselt mit dem Ding ins Gehirn. Mit den Granaten und Geschützturren. Ja, okay. So. Schockgranaten. Wir gehen jetzt wieder in die gleiche Richtung, wo wir gerade auch hin wollten, wo jetzt Leute waren. Oder wir können auch noch hier oben gehen, theoretisch. Aber wäre noch hier... Aber wäre auch noch so ein... Wir zum Biomasse sammeln. Ja, vielleicht kann man uns auch mal drauf rumschleichen. Ich weiß nur halt nicht, was wir davor schon alles gemacht hätten. Dann kriegen wir da vielleicht nichts mehr ab. Aber wir können ja mal gucken, was da auf dem Weg noch alles ist. Das sehen wir ja noch nicht, weil wir die Karte da noch nicht haben. Ja, vielleicht sind da auch noch irgendwie Erz oder sowas. Zeit aufdeckst erst. So, das sind ja da auf jeden Fall. Alter, 400 Meter. Das ist manchmal gut durchdacht. Das sah gar nicht so weit aus auf der Map. Also vor uns ist auf jeden Fall noch mindestens ein Geysir, den habe ich gerade gesehen. Hier irgendwo. Haben wir den jetzt sogar schon? Ich wollte gerade sagen, der weiß tatsächlich nicht genau. Ach so, doch, okay. Ach, dann. Ah, weil der bei mir in einer anderen Farbe angezeigt wird. Dann heißt das nur, dass ein anderer von uns eingenommen hat. Den genommen hat. Ah, das wusste ich auch noch nicht. Siehst du, ich wollte gerade fragen. Aber hier sind noch welche. Also jetzt, weil jetzt weiß ich es, weil die so verwaschen sind. Und zwei Erzfelder sind ja auch noch mindestens. Also nehmen wir die doch mit. Was ist das? Die können wir immer nehmen. Wir können hier einen stehlen. Ja. Mal gucken, da ist irgendwo noch einer. Müsste zumindest. Ich kann es ja nur stehlen. Wie kann ich damit interagieren? Im Zauberungsfall F gedrückt halten. Ach so, okay, gut, dann machen wir das doch. Also ich mache hier noch. Halte F. Kleines. Wo kommen die Gegner? Ah, ja, ja, okay. Jetzt wissen Sie aber, dass wir hier sind, ne? Hm, wahrscheinlich, ja. Zumindest wissen Sie, dass die übernommen wurden. Ich, aber da, ich gehe mal kurz da an. Da ist auch noch ein Erz und ein Geysir. Ja, komm mal mit. Dann können wir jetzt zusammen nochmal nach Norden dazu in die Masse. Oh, stimmt, ich kann mir eine holen. Na, gleich. Also ich kann mir schon eine holen. Ich sei nur gerade Monster. Äh, irgendwo hier, ach da ist das Ding. Da ist das Erz. Ich habe wohl hier auch mal gesagt. Da, äh, meine Maschinenpistole gedacht. Die mag ich. Komm, das ist schon. Oh. Du kleiner Spacken hier. Was schleuderst du denn für eine Scheiße auf mich? Ich mache mal ohne Dancing hier. Ja. So, wir sammeln. Oh. Hier sind noch zwei Geysire. Also noch ein Erz kann sich selbst. Einer da und einer da. Ich leichte denn alles ein Erztuch. Ich habe es mal markiert, weil es jemand mit möchte. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich kaufe mir nur kurz einmal eine neue Waffe. So, endlich ein Gewehr. Schon wieder eine neue Waffe? Und was heißt das schon wieder? Jetzt erst. Hast du das davor? Dein Turm geholt, ne? Nee. Ich wollte mir eine Waffe kaufen, weil ich dachte, die kostet nur 150. Aber, hm. Ihr habt ja unten was angelockt, glaube ich. Ja, ich gehe mal nach da. Da ist auch noch ein Erz. Schafft ihr das alleine oder ist das ein großes? Das war ein kleines, ganz kleines nur. Tiger, ich mal in die Richtung. Oh. Alter, hier blitzt es. Achso, okay. Alter, Vater. In effect könnte ich auch noch nicht. Ich sehe es ja auch noch. Es ist ein großes oder ein kleines. Ich weiß es noch nicht. Kleine. Können dann auch hier hintergehen. Hier ist wieder Biomasse. Also so, Monster. Ja, aber das finde ich eine schöne Richtung. Brauchst du Hilfe, Schulter? Nö, nö. Das geheilt. Gut, dann gehen wir schon mal. Ich fange ja schon mal an, wollte ich sagen. Ja. Ich mache hier das Erz fertig. Hol dann gleich noch die beiden 1 oder 2 Gaziere, die hier sind. Da, das ist super. Da sind ganz viele optische Gläser, ich weiß nicht. So, wo ist er denn? Irgendwo hier. Der ist übrigens auch noch da. Bei mir ist er. Die Menschen? Die Monster. Gekner, oder? Achso. Monster, achso. So, ich komme dann auch wieder zu euch. Die Spezial-Biomasse-Monster. In meine Richtung waren, sind auch noch Erze und so und Zeugs. Wenn wir die noch sammeln wollen. Mhm. Sollten wir, wir haben noch genug Zeit. Geh mal her damit. Wir wollen noch über 10 Minuten. Ja, äh. Come on, over here. Äh, okay, dann gehe ich da gleich hin. Oh, hier ist ein großes Erz. Schafft ihr das zu zweit? Das ist sehr schwer. Ja, das kriegen wir hin. Ja? Okay. Dann gehen wir beide zu dem hier. Ah. Er hüpft da hoch wie nix zweites und ich kann nicht, weil ich kein, äh, Jetpack habe. Hier, ne, das ist ein kleines Spielchen. Ah. Ah, hier sind sie. Sterbt im Kugelhagel. Yeah. Totalität. Echt. Echt. Ja, schön mit dem Schlachter besser. Ich finde es sehr merkwürdig, dass mit 10 Nahkampf ist. Yep. Ja, wie gesagt, ich habe es mir auf Maustaste, was denn das, vier glaube ich, gelegt. Ja, das ist ja sonst. Dumm. Hier wäre noch was. Ja, kann man machen. Mal gucken, was das ist. Wir sind so weit voneinander trennen, denke ich, aber ansonsten. Nee. Aber hier scheint wenige los zu sein, so was andere Prospektors betrifft. Ach, ist auch nur ein kleines, oder medium. Ja, da werden alle von einem Zweck bewegt. Da hoffen wir es. Also ein oder ein. Sehr gut. Hui. Da hinten ist so eine, so eine Kammer. Wo seid ihr? Was willst du denn hier von mir? Äh, warte. Ich muss kurz auf den Scharten, so schnell komme ich ja nicht hin. Hier drüben ist gleich noch ein Stein. Hier ist vorne noch so ein roter Laser, was bedeutet der? Äh, da bin ich jetzt überfragt. Ach guck mal, ein feindlicher. Moment. So, lass mal einsammeln hier. Oh Gott, hier ist jemand. Wo? Äh, Moment, wo bist du? Bei Sernecke. Ach da. Okay. Oh, wo häng ich denn hier? Wo war einer? Also ich hab jetzt keine, ich hab gar nicht mitgeschnitten, dass der Typ gar nicht zu uns gehört. Hä, was hat denn der da? Was ist da was für ein Schild? Ich hab keine Ahnung. Ein Heilungsschild. Wie kann man das da besiegen? Ja, es ist ein Link, äh, Kapsel. Achtung, rechts. Komm, 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 gleich. Uhu, huu, huu, huu. So, na, da geht das wieder zurück. Ui, das war knapp, ey. Oh, er hat kein Schild mehr, shit. Ja, aber die Heilung nicht. Äh, äh, hier, ähm, könnt ihr mich einmal wiederbeleben? Ich bin hier hinterm Baum. Ja, ja. Dann muss ich den Rückruf nicht nutzen. Achtung. So, wo ist denn meine Maus? Hoffentlich in der Mitte. Alter, fuck. Mr. Rainer Zufall, ja, ist klar. Kannst du nach hinten gehen? Oh, 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 ich nutze den Rückruf. Sorry, ich konnte da nicht. Da, macht nix. So. Notfallheilung, ja. Aber war es ein Turm, passt auf. So, apropos Notfallhandlung, ich muss mir erstmal was kaufen hier. Was haben wir denn? So, down. Granate einmal. Wo seid ihr denn, ey? Ist das weit weg? Leck, ich schaue. Äh, ich will die aufheben. Nee, lass mal. Schwere Geschützturm. Mach jetzt auf E. Gesundheitsschub mach ich jetzt auf Kur. Ich hab jetzt keine Granate mehr, aber das ist, glaube ich... Ach, da seid ihr ja. Habt ihr auch eine Granate, oder? Ist da noch eine Schockgranate? Ja, der Typ ist down auf jeden Fall. Okay. Ja, mit down bekomme. Hier liegt noch eine Schockgranate. Ja, die hab ich da liegen gelassen, weil ich einfach mal frech war und seine Sachen einfach alle genommen hab. Alpha-Wächter wurde besiegt. Oh, da waren wir wahrscheinlich ein paar. Wir hatten ja... Also es war nicht ohne, dieser Kampf. Es war einer, ne? Will ich mal kurz sagen. Na, ich weiß es nicht. Dieses grüne Schild. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt so ad hoc gar nicht, ob das ein Heilungsschild war, oder ob das der, genau, der Respawn war von denen. Wenn du Respawns quasi, ne, als du einen Rückruf verwendest, hast du auch so ein grünes Schild um deine Kapsel rum. Richtig. Ah, okay, ja. Das kann natürlich sein. Wo man ist hier unten noch das Erd? Check me out! Boah, das war nur knapp 6 Minuten Zeit. Ich weiß tatsächlich, äh, sein Heilungskid ist es auf jeden Fall nicht gewesen. Ich hab ja seine Alters aufgenommen, seit ich hab einfach einen Geschützturm und so ein Heilungsding. Deswegen dachte ich, ich könnte das gewesen sein. So, ja, da bin ich wieder. Genau richtig. Ich hab aber ne gute Waffe gehabt. Ja, das spielst du wahrscheinlich auch schon länger, weil da hat er auch hier einen Skinjob für sein, äh, Dings. Da hat er keine Chance gegen uns, würde ich sagen. Sehr schön. So, wo sind wir denn? Oh, hier, hier ist noch jede Menge an Geysieren und Ärzten in die Richtung. Dann gehen wir doch in die Richtung hin. Irgendwie, ich glaube, zwei Erzvorkommen und vier Gazirer. Ja, da war vier eineinhalb Minuten noch gut. Das sollte hoffentlich klappen, wenn da nicht wieder einer rumtouren von irgendwelchen Wir waren auch hier von Leuten schon, aber das kann ja auch sein, dass es der war. Problematik, Dohle. So, und irgendwo hier oben war, glaube ich, noch ein Erz. Da. Das ist ein schweres sogar. So. Dann, wo geht's? Hier oben bei mir. Wo ist das Erz? Sorry. Hier bei mir. Ich bin mit da. Sehr gut, ich bin auch hier. So. Na komm, wo spawnt ihr? Ich bin immer so frech, ich nehme das wieder ein. Aua, nicht schießen. Hey, Freundchen. Aua, nicht schauen. Schießen darf hier nur ich, was finde ich sonst unfair. Granate! Yeah, nächste Stufe vom Gastvertrag. Hinter uns. Spieler? So, ich sammle es ein. Jo. Dann langsam Richtung Landungszone. Ups, sorry, mein Fehler. Falsche, schon wieder falsche Taste gedrückt. Ja, hier können wir hin. In die Richtung, in die Richtung ist noch ein Erz. Das hier ist ja Richtung Mitte. Das Evakuierungsschiff kommt gleich erst. Von daher. Da hinten ist deine Markierung. Da bin ich einfach blind, dann sehe ich die Markierung grundsätzlich nicht. Oh, medium. Na denn? Ich muss mir auch noch mal Kohle kaufen, irgendwas kaufen, glaube ich. Ich habe hier über 400 gerade. Oh ja, ich auch. Aber ich wüsste jetzt nicht was, weil ich glaube, ich habe mal. Na, ich glaube, ich gucke mir sicher, jetzt habe ich doch mal den Granatwerfer. Ja, dann. Ja, aber da kommt man der 800 bei mir. Da muss ich mal. Äh, 500. Jetzt haben wir einer ein. Jo, haben wir. Das ist okay. So, dann Richtung Schiff war hier. Ja, genau. Oh, da ist noch mal so ein Alpha. Irgendwo wurde gerade eins von meinen Dingern eingenommen. Ich weiß aber nicht wo. Ach, das ist auch noch nicht in Deutschland. Ich habe nicht gesehen, dass er was von mir übernommen hat. Das ist jetzt frech. Oh, da habe ich mich überfragt. Moment, sind wir alle. Hä? Da bist du. Ja, ja, ja. Hast du mich gesehen? Richtig. Seid ihr alle da? Ich wollte dir nur den Weg zeigen. Danke. Wir müssen ganz da hoch. Ah. Da kannst du aber, glaube ich, auch außen rum. Weil, wie gesagt, wenn du innen drin durchgehst, kann halt sein, dass da Spieler sind. Vor allem, weil sie auch noch über eine Minute sind. Ja, und das wird halt schon geräumt. Also, irgendwo wird das schon jemand sein. Moment, ich hole mir nochmal... Ah, okay. Für den Reiz, den hole ich mir, den Geschützturm. Dann lass uns jetzt aber irgendwo... Ja, okay, dann vermeint. Dann müssen wir uns jetzt aber entscheiden. Wie geht's ja am besten hin? Äh, oh Gott. Ah, jetzt ist Landenzone clear. Jetzt gehen wir jetzt doch einfach durch den Tunnel, oder was? Ja. Lass mal durchgehen. Würde ich sagen, weil ich glaube, der Weg außenrum... Na, wahrscheinlich würden wir den zeitlich auch noch schaffen, aber... Wie ist denn da auch feinlich? Es ist da, wir könnten reinrennen, oder? Tja. Boah, rein, wa? Das sind ja auch Leute gewesen. Ah, hier spawnen auch Monster, also... Safe. Ich auch. Evakuiert. Nice. Wartet. Fehlt noch jemand? Äh. Äh... Moment, wie kann ich hier denn... Achso, Q und E, okay? Boah, das ist ja alle laut. Boah, der Kuhle. Alter, wer ist er denn hier? Pervisa Samin. Pervisa Samin hier. Seht ihr den auch? Echt? Jo, hatte ich gerade. Mit seinem fetten... Was sind die Gute, ey? Mit seiner fetten Gatling, oder was? Den hab ich auch gerade. Oder die. Aber die fahren ja noch fleißig... Fleißig Funke, bevor sie da reinrennen. Hm. Wir sind, glaube ich, auch einen Tag kleine Schisser, dass wir sowas wie machen. Oh, Hintergrund. Das ist richtig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da bringe ich lieber das ganze Zeug in Sicherheit. Ich weiß nämlich, ja, doch nicht, ob du das alles dann behältst, wenn du nicht ins Evakuierungsschiff kommst. Und einer hat auch einen krassen Raketwerfer. Das bin ich gerade sehr. Na, für den ist bei mir leider nicht gereicht. Oh, schön, schön. Na, dann kommt vier. Ich wollte gerade sagen, Platz vier. So, und ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen, wie uns. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen in den Kommentaren oder mit einem Like. Ja, schaut auf jeden Fall bei den anderen Leuten vorbei. Sie sind sehr cool, wie ihr merkt. Link ist in der Beschreibung unten. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Die anderen bestimmt auch. Macht's gut. Tschüss. Tschau. Tschau. Tschüss. Untertitelung. BR 2018